Das Geschäft geht zu Konten. Wer schleift herum? Deinem Vater droht der Tod und du willst in die Stadt. Fällt dir noch was besseres ein, die Schlaumeier? Ja, was? Ich bin doch selber behindert. Erinnert dich das nicht? Schämst du dich nicht? Hör auf, habe ich gesagt. Ich bin dir peinlich. Mein Herz stirbt. Ertwarz. Sein Vater liegt im Sterben und er amüsiert sich. Ich bin dein Geschäftsführer und sonst lieber. Meins ist nämlich mein. Giss nicht, was du bist. Lass mal dich los, gehst du vor die Hunde. Kinderbord ist kein Witz. 30 Jahre Arbeit, alles Asche. Asche, deswegen habe ich dich bestellt. Bin ich einer von uns oder nicht? Man hat mir gesagt, eine Dame ist angekommen. Lass uns Freunde bleiben, ja? Einfach Freunde. Boom! Sein Leben lang war er ein Hurenbock und an seiner Hurenbock und an seiner Hurenbock stirbt er jetzt. Was machst du da? Ah, bist du da? Ich bringe ihr bei mich zu leben. Ist das nicht langweilig? Man kann nicht mehr so leben wie früher. Man sollte in sicheren Städten leben. Aber ich bin blutjung und keiner hört auf mich, wenn ich was sagen will. Jeder versucht im Atem so gut, es geht auf den Kopf zu. Das ist nicht teuer als das Glück, selbst wenn es klein ist. Ich werde nur noch einen, die Zunge rausreißen. Zeitling! Wenn ich nicht nur von ihr losreißen könnte! Keiner fühlt sich hier mit irgendetwas verbunden ist. Ohne Sünde gibt's kein Leben. Die Verstorbenen haben hier nichts zu sagen. Und du solltest dich überhaupt nicht anschauen. Das ist das Ende.